Die Verleihung des diesjährigen Friedensnobelpreises an die OPCW ist eine große Ehre für unsere Organisation. Wir sind eine kleine Organisation, die seit über 16 Jahren abseits vom Glanz internationaler Publicity eine Aufgabe geschultert hat, die ehrenvoll ist, nämlich als Wächter des globalen Verbots chemischer Waffen zu agieren, das seit 1997 gilt. In diesem Jahr 1997 wurde ein 100-jähriger Kampf vom Erfolg gekrönt durch das Verbot chemischer Waffen, durch eine Konvention. Unsere Organisation wurde mit der Aufgabe betraut, die Vernichtung chemischer Waffen und ihre Abschaffung in der Welt zu überprüfen und alle Nationen dazu zu ermuntern, dieser Konvention beizutreten. Wir haben seitdem mit Entschlossenheit daran gearbeitet, die Welt von diesen abscheulichen Waffen zu befreien, Waffen, die mit schrecklichen Wirkungen eingesetzt wurden im ganzen 20. Jahrhundert und leider traurigerweise auch in unserer Zeit. Die Ereignisse in Syrien haben uns auf tragische Weise daran erinnert, dass noch viel Arbeit zu tun ist. Unsere Herzen sind beim syrischen Volk, bei den syrischen Menschen, die zu Opfern des schreckens chemischer Waffen wurden. Heute sind wir mit einer Arbeit beschäftigt, die sicherstellen soll, dass diese Grausamkeiten nicht wiederholt werden. Niemals in der Geschichte unserer Organisation waren wir mit der Aufgabe betraut, ein Zerstörungsprogramm innerhalb so kurzer Fristen zu überwachen und das in einem andauernden Konflikt. Wir sind uns des enormen Vertrauens bewusst, das die internationale Gemeinschaft in uns gesetzt hat. Die Anerkennung, die der Friedensnobelpreis mit sich bringt, wird für uns ein Ansporn sein zu unermüdlichen Anstrengungen und noch stärkerem Engagement und größerer Entschlossenheit. Ich hoffe wirklich, dass dieser Preis und unsere Mission gemeinsam mit den Vereinten Nationen in Syrien eine breitere Wirkung haben wird für den Frieden in dieser Region und das Leid des Volkes beenden wird. Ich nutze diese Chance, allen zu danken, die beigetragen haben dazu, dass das Verbot chemischer Waffen eine allgemeine anerkannte Norm wird. Ich freue mich darauf, diesen Preis entgegenzunehmen in Bescheidenheit und in Anerkennung des Professionalismus unserer Mitarbeiter in der Vergangenheit, in der Gegenwart und in der Zukunft und als Beispiel für die starke Unterstützung seitens unserer Mitgliedstaaten. Vielen Dank. Vielen Dank.